hier was geht willkommen zu einer kleinen ich sag mal kampfansage und zwar hat der liebe ich schon mal was angekündigt und zwar kampfansage an bämmes um 20 uhr ich glaube er hat es um 0.30 Uhr hochgeladen ich weiß nicht ob er heute meint oder morgen meint ist auch egal auf jeden fall geht es in dieser kampfansage wieder mal um naja darum dass er irgendwelche leute keine ahnung was sie wieder anhängen will auf jeden fall fragt er sogar in diesem video noch hey machte vielleicht ein paar tipps oder oder schreibt man bitte am besten in die kommentare was ihn meist noch damit reinbringen soll das heißt er hat selber nicht mehr als darf den er erzählen will vielleicht ein klein wenig aber ich schätze mal ungefähr so was er erzählen wird also erst mal zu ace was ich an ace komisch finde dass zum beispiel schon mal in der ansage an alpha popo also an alpha stein schon gesagt hat dieser youtuber bezieht seine views seine abonnenten und ähnliches lediglich an den leuten anderer also indem er zum beispiel parodien über andere macht oder ähnliches und ich frage mich mal denkst du du hast dir diese community 100 prozentig selber aufgebaut und hast dich an keinem youtuber hochgezogen wo als andere rummeckern ja du gibst ihm damit auch nur die aufmerksamkeit und das ist wirklich das ist halt so jedoch ist mir das wirklich komplett egal er kann machen was er will ich gönne ihm das auch ich bin jetzt nicht so einer der sagt ja die unverdient die abos ich meine man hat sie mit dem content gemacht den man die man macht man hat diese person dazu gebracht dass sie diesen content angucken weil in den gefahren hat wenn der konnte mir jetzt nicht gefällt heißt es ja nicht dass es für alle gilt und ich sag mal so er hat diese abonnentenzahl auch verdient weil er macht halt das mit dem basten und ähnliches ein paar fake baste auch noch und ähnliches aber es ist halt sein content und wenn Leute dort es feiern dann kann ich das auch unterstützen weil er hat es halt wirklich auch verdient und das meine ich jetzt nicht ironisch weil jeder hat auf diese weise etwas gemacht was die leute interessiert und damit natürlich auch verdient diese abonnentenzahl zu erreichen kann ich mal ganz ehrlich sagen man kann zwar sagen dass er sich an anderen hochpusht doch ist es glaube ich auch so ein kleiner teil aber allgemein kann man jetzt nichts viel sagen man könnte natürlich jeder sagen ja ich könnte ja genau so eine videos machen und werde mich auch direkt so hoch pushen und ja dann macht das erst mal ist jetzt nicht so leicht aber was ich an ihm ein bisschen bemängelt ist dass er keinen eigenen content also hat also damit meine ich jetzt nicht dass er die baste zähne an sich komplett schlecht macht aber er macht halt meistens einfach videos von irgendwelchen anderen wie zum beispiel letztens von js macht einfach das video und zeigt das halt noch mal er zeigt das das sieben minütige video und das video geht als vier minuten und er redet in drei minuten noch über ein anderes thema und das finde ich halt wirklich nicht allzu gut an ihm also dass er jetzt so etwas kein eigenen bastet content nimmt sondern dass er einen von anderen bekommt und also die ganzen sachen von den zuschauern immer geschickt bekommen dass es ganz gut dass man da auch so ein bisschen die community mit einbindet und die informationen auch ein bisschen von der community her zieht was die community am besten über eine person sagen will ich werde das natürlich jetzt trotzdem genauso wie er sein video genannt hat einfach dran nennen und dann einfach seinen namen dahin hängen weil ich das jetzt mal genau so mache wie er also mit dem haben meine ich jetzt nur ich werde jetzt keinen irgendwie so einen kanal machen wie er weil mir dieses kanal hat nicht gefällt ist natürlich jedem selbst überlassen aber ja und auf jeden fall was er glaube ich ansprechen wird ist also erstmal eine sache ich weiß nicht er wird wahrscheinlich irgendwie überhaupt nichts hacken würde ich schätzen würde ich schätzen weil er hat es glaube ich bis jetzt bei jedem vor der kampfaltsage gemacht irgendwelche random szenen gesagt und der hackt und ich kann euch für meine verhältnisse versprechen ich hacke nicht werde ich auch nie machen wenn ich quitte dann quitte ich und werde nicht nur irgendwie rein decken oder so eine scheiße machen weil das halt einfach unnötig ist so eine sache womit er noch kommen wird ist glaube ich dass ich jetzt in den letzten in den letzten von den letzten acht neun videos glaube ich in drei videos ungefähr sechs mal werbung gestalten habe und das video ungefähr zehn bis 15 minuten geht da kommt bestimmt seine aussage mit es wäre ja so geld geil sechs mal werbung in einem elf minuten video zu machen um es einmal klar zu stellen ich verdiene kein geld mit youtube erstmal weil ich noch nicht 18 bin und auch kein konto habe aber ich habe es auch nicht vorher sehr viel geld damit zu verdienen damit wollte ich eigentlich gucken wie das mit der community ankommt mit der werbung ob das jetzt wirklich so extrem schlimm ist aber ich selber verdiene das geld auch nicht und ich mache youtube auch nicht um geld ich mache es zum spaß und wenn mir youtube keinen spaß mehr macht und es mir keinen spaß mehr macht die videos hochzuladen dann werde ich es auch nicht mehr machen und dabei ist nicht mit inbegriffen ob ich hate kassier oder nicht weil das ist mir so scheiß egal da kann ruhig jeder irgendwie mal haten damit ich vielleicht irgendwie für zehn minuten oder so mehr wenn keine ahnung wenn irgendwie 20 leute oder so irgendeine scheiße die ganze zeit schreiben und ich vielleicht für zehn minuten mehr aber das war es denn auch und ich meine es ist das sollte sich jeder vor augen halten ist und bleibt nur ein spiel und mehr nicht also ja ich meine er kann natürlich machen was er will er macht jetzt eine ansage wird da irgendwie die kommentare oder so mit einbeziehen und klar gebe ich ihm mit diesem video aufmerksamkeit aber meine so ist sein kanal und ich kann den kanal gerne unterstützen weil jeder kann das machen worauf er bock hat auch wenn es für einige vielleicht nicht so geil ist oder für andere egal ist jedenfalls freue mich auf das video schon und ja kann ruhig machen was er will aber ich finde es halt scheiße wenn man so falsche aussagen macht was so weil wenn man wirklich etwas macht über eine person dann sollte man sich darüber auch richtig informieren weil er hat ja schon mal ein feld passt über mich gemacht und es man kann gerne mich beleidigen man kann gerne sachen sagen über mich und so ähnliches aber dann muss es bitte auch schon wahr sein und nicht einfach irgendwelche aussagen oder etwas zu faken und das finde ich halt wirklich echt ein bisschen traurig weil damit betrügt er halt nicht nur sich sondern auch die zuschauer in dem halt irgendwelche sachen fake also hoffe ich jetzt dass er an dieser kampfernsage jetzt nix fake dass er da vielleicht ein paar fehlinformationen mit reinbringt aber dass er jetzt nicht irgendwas großes fällt oder so nicht so dass er es wie letztens macht aber ja im allgemeinen finde ich es eigentlich immer vielleicht ganz lustig das so anzuschauen ist vielleicht meine abwechslung auf youtube also eher so ein gegen andere leute gerichteter content aber naja muss halt jeder selber wissen ob er ihn feiert oder nicht und ich würde sagen ich bin mit diesem video erstmal raus und ja dann bin ich immer raus ich werde übrigens jetzt nicht irgendwie noch bilder oder ähnliches einblenden weil ich das jetzt nicht will ich will das einfach nur kurz mal so gesagt haben und will jetzt gar nichts alles beweisen mit sequenzen mit ähnlichen sachen wie bildern oder ähnliches damit dranhängen ich will das jetzt nicht beweisen das keine ahnung ich will jetzt eigentlich nur kurz mal so eine kleine meinungsäußerung dazu sagen und da jetzt nichts größeres jetzt alles mit der so bemühe geben um einmal kurz meine meinung zu vertreten also ich will da jetzt nicht ganz fakten ganze informationen und alles geben und ja ich habe auf twitter tatsächlich geschrieben dass sich ace an jedem hochzieht das ist auch so das ist halt sein kanal konzept dass er sich da an jedem hochzieht aber wer es halt will der kann es auch machen also das kann mir scheißegal sein ich kann es ihm er hat es erreicht er hat ganz normal erreicht wie es mal alles macht mit anderen content wo ich sagen muss ist natürlich nicht mein lieblings content aber es ist halt immer noch ganz normaler content auf youtube sage ich mal aber das sollte jetzt eigentlich auch nichts mehr zur sache tun ich beende jetzt mal dieses video sonst wird das einfach viel zu lang dafür dass ich nur kurz mal meine meinung dazu sagen wollte und ja haut rein und das ist übrigens zwei uhr abends und keine ahnung ich bin voll müde deswegen wundert euch nicht dass ich jetzt ein bisschen unkonzentriert an meinen stellen wirke und das ist halt normal weil ich gerade ein bisschen müde bin ja aber nur mal zu der sache